Der Sicherheits-Podcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Der Sicherheits-Podcast. Und wir haben heute wieder ein ganz spannendes Thema, das mit Bau zu tun hat. Und heute bei uns einer der Geschäftsführer und Inhaber oder Teilhaber von der Delta Holding. Herzlich willkommen, Wolfgang Kradischnik. Hallo, ebenfalls herzlich willkommen und danke für die Einladung. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist, Wolfgang. Und wir fackeln da gar nicht lang herum bei uns im Podcast. Wir starten gleich rein. Delta Holding. Erzähl uns mal ein bisschen, was macht ihr alles? Wo seid ihr auch geografisch unterwegs? Ihr habt ja ein total breites Gebiet. Ihr vergrößert euch ja auch stetig. Das ist ein total interessantes Unternehmen einfach für mich. Ja, danke. Wir sind ja nicht mehr ganz jung. Wir sind ja für einen Dienstleister. Kein Startup mehr. Kein Startup mehr, obwohl wir immer wieder in Teilbereichen sozusagen entrepreneurmäßig, startupmäßig unterwegs sind. Aber uns gibt es seit über 40 Jahren. Delta ist ein Architektur-, Generalplanungs-, Baumanagement- und auch IT-Unternehmen. Wir wurden 1977 in Oberösterreich gegründet, in Wales. Und von dort ausgehend wurde sozusagen der Markt schrittweise bearbeitet, erobert, möchte ich fast sagen. Wir waren in sehr vielen Ländern international auch schon tätig, haben uns aber dann 2011, wie wir als zweite Generation, Wir sind jetzt in der zweiten Generation, es hat drei Firmengründer gegeben, die haben sich alle drei schon zurückgezogen. Wir sind aber noch immer ein bisschen ein Familienbetrieb, weil von einem Firmengründer noch seine zwei Söhne im Unternehmen aktiv sind, meine Partner sind. Aber die anderen Partner sind an und für sich langjährige Mitarbeiter und haben, sage ich mal mittlerweile jetzt, uns sehr, sehr breit aufgestellt, was die Dienstleistungen betrifft. Was die Länder aber betrifft, haben wir uns wirklich auf vier Länder konzentriert. Hauptarbeitsbereich ist nach wie vor Österreich, wo Wales und Wien eine sehr starke Achse ist. Wir sind mittlerweile in Wien auch so groß wie in Wales, also wir haben etwa in Wales 80 Mitarbeiter, auch in Wien etwas über 80 Mitarbeiter. Und die weiteren Mitarbeiter sind dann in Tschechien, der Slowakei und der Ukraine. Wir sind also auch in Trebic, das ist in der Nähe von Prag, also von Brünn eigentlich. Wir sind in Prag, wir sind in Bratislava und wir sind in Lemberg und in Kiew. Das heißt, wir sind ein bisschen ostorientiert, das hat auch die Geschichte ergeben. Unsere erste Eigentümergeneration war immer sehr abenteuerlustig, möchte ich vielleicht sagen. Wie die Ostöffnung war, waren sie die Ersten, die in den neuen Bundesländern waren und haben sie auch dann sehr stark im Osten immer engagiert. Letztlich haben aber dann wir sicher aus einer gewissen Vorsicht heraus und ein bisschen aus den Erfahrungen unserer ersten Generation gelernt, dass wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen vorsichtiger vorgehen und haben einmal dort, wo wir Standorte gehabt haben mit guten Mannschaften, dort haben wir uns auf diese Standorte konzentriert und um die herum ein bisschen was aufgetaucht. Auf einer soliden Basis ausgebaut und ein bisschen konsolidiert, das kenne ich, ist auch sinnvoll. So kann man sagen, man kann es fast konsolidieren, kann man es nennen. Es war nicht ein, sage ich einmal, Buschen kostet es, was es wolle, sondern es war wirklich so, ich meine, wir haben jetzt in den zehn Jahren schon auch noch etwa, ich meine, wir waren damals ungefähr 150 und sind jetzt 240, haben langsam expandiert und haben jetzt noch einmal 35 Mitarbeiter dazubekommen, weil wir mit einem wirklich sehr renommierten Architekturbüro, mit dem Architekten Prozedensek uns in Wien eine Zusammenführung hatten. Interessant, das hat mir der andere Wolfgang damals noch nicht sagen dürfen, aber jetzt ist die Sprache heraus. Ja, es ist offiziell und ich bin sehr froh darüber, ich schätze den Architekten Prozedensek sehr, auch sein Team, wir passen super zusammen von den Kulturen her und das gibt noch einmal auch eine Abrundung für uns. Da ist ein ganz großes Know-how im Pharma-Bereich, auch was Generalplanung von Großprojekten betrifft, ist das wirklich eine sehr gute Ergänzung für uns. Wir sind ja generell als Delta schon sehr breit mit, wir sind im Hochbaubereich, kann man sagen, vom Wohnbau bis zum komplexen Gesundheitswesenbau, wirklich querbeet, machen wir alles, Neubauten, Umbauten. Das wäre jetzt meine nächste Frage eben gewesen, die Tätigkeitsfelder, aber gut, jetzt hast du gesagt Hochbau, Tiefbau? Tiefbau eigentlich nur im Osten und nur wenig. Also Infrastrukturbereich ein bisschen, im Wesentlichen sind wir in Österreich nur im Hochbau tätig, aber dort... Bereiche Pharma hast du jetzt genannt, Logistiker, Gesundheitswesen, Bildungsbau vom Kindergarten bis zur Universität, also wenn jemand will, dann kann er ab dem Kleinkindalter bis zum... In einem Delta-Gebäude. Immer im Gebäude von Delta irgendwo. Okay, was sind so Beispiele, die ihr geplant und gebaut habt? Also ich sage einmal, gerade in Wels, in unserer Heimat, haben wir doch einige Kindergärten gemacht. Örtliche Kindergärten machen auch jetzt gerade wieder zwei. Ja, also da würde ich fast sagen, da gehört das schon fast zu unserem Hobby dazu. Schulen, Gymnasien, Handelsakademien, Wiener Neustartans, wo wir einen Wettbewerb gewonnen haben. Und in Wien, was man sicher auch kennt, was ich jedenfalls erwähnen möchte, die Wirtschaftsuni, den Neubau, da haben wir das Management gemacht dafür, gemeinsam mit der Dress und Sommer als Partner damals. Das war wirklich eines unserer ganz großen Projekte. Oder auch jetzt im Zentrum von Wiener Neustadt, Fachhochschule Wiener Neustadt. In Oberösterreich machen wir gerade eine FH für Gesundheitsberufe. Ja, habe ich lesen. Ja, genau. Wir sind da sehr, sehr breit, muss ich sagen, im Gesundheitswesen. Aber man muss auch sagen, wirklich, früher haben wir im Wohnbau nur gestreift. Mittlerweile ist auch der Wohnbau zu einem echten Flaggschiff von uns geworden. Okay. Gerade Wohnbau. Es ist, wir haben immer gesagt, das ist ja ganz ein einfacher Wohnbau. Uns interessieren eher komplexe Projekte, Umbauten bei laufendem Betrieb. Also das war irgendwie eine Herausforderung. Was eine Challenge gibt. Genau, eine Challenge. Aber das ist nicht so. Auch der Wohnbau hat seine Challenges. Oder es ist eine Challenge, weil auch im Wohnbau musst du Projekte so positionieren, dass sie letztlich irgendwo in eine Lücke stoßen. Auch wenn es in Wien grundsätzlich eher ein Markt ist, wo die Nachfrage sehr, sehr groß ist, gibt es aus meiner Sicht trotzdem unterschiedliche Qualitäten von Wohnbau. Ja, klar. Und ihr werdet euch eher im, ich sage jetzt mal, hochqualitativeren Ansiedeln, nehme ich an? Würde ich gar nicht sagen. Wir machen auch sozialen Wohnbau. Okay. Aber wir arbeiten da zum Beispiel auch mit sehr innovativen Bauträgern zusammen, wo es darum geht, ein Gebäude, ein Wohnbau nicht nur als eine Ansammlung von Wohnungen zu sehen, sondern als einen intelligenten Organismus, wo auch im Erdgeschoss aktiv bespielte Gewerbezonen drin sind, wo es darum geht, Gemeinschaftsräumlichkeiten zu schaffen, Außenbereiche, die sich gut mit der Umgebung vernetzen. So ein richtiger Community-Hub quasi. Genau, wo ein Wohnbau wirklich zu einem Lebensraum wird und nicht nur doziere ich mich zurück, damit ich halt dann schlafe und am nächsten Tag bin ich wieder weg, sondern Lebensräume schaffen. So unter der Überschrift könnte man sagen. Das ist schon auch wieder sehr viel Reiz. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo wir viele gesehen haben, dass das Home eigentlich wichtiger ist, als man vorher geglaubt hat und wo es auch darum geht, man versucht, Wege zu vermeiden. Das heißt, man schaut auch, dass man dann natürlich im unmittelbaren Bereich, wo man wohnt, vielleicht auch mehr Möglichkeit hat zu arbeiten. Shared Office, wo man auch die Möglichkeit hat, sich zu erholen. Nicht immer, sage ich einmal, übersefliegen muss, weil alles kompliziert ist, sondern wo man einfach Lebensqualität hat. Gerade während Corona. Genau, das ist jetzt, glaube ich, wichtiger denn je, das auch zu sagen während Corona, dass man einfach schaut, mit wenig Mobilität viel Qualität ins Leben bringen. Das war schön gesagt. Das wäre ein guter Slogan. Sehr cool. Danke für diese Introduction von der Delta Holding. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Einblick. Ich habe jetzt zweimal schon gesagt, Delta Holding. Es gibt dann ja noch mehrere operative Gesellschaften. Darunter nehme ich an, wie viele, oder die Ländergesellschaften, wie viele Firmen gehören da dazu, zur Delta Holding mittlerweile? Also danke, Tom, dass du das noch einmal präzisiert haben möchtest von mir, weil ich natürlich als Mitarbeiter quasi der Delta Holding gesehen werde und deswegen immer alles als Delta Holding. Du hast einen Blick aufs Ganze. Genau, aber wir sind einfach die Delta Unternehmensgruppe. Die Holding ist nur so ein Dachunternehmer. Unter der sind unmittelbar zugeordnet acht Unternehmen. Aber es gibt einige Unternehmen, auch die daneben stehen, weil sie aufgrund des Ziviltechnikergesetzes nicht einer Holding gehören dürfen. Sie dürfen sich nur selbst gehören und auch nur Ziviltechnikern. Das heißt, jetzt kann man das gar nicht so unmittelbar, aber die sind natürlich eigentümermäßig verwoben. Also auch ich bin zum Beispiel von unserer größten Ziviltechnikergesellschaft, von der Delta Procedensec Architekten, ZD GmbH, einer der Geschäftsführer. Das heißt, es gibt sehr wohl diese unmittelbare Verschränkung. Das eine greift ins andere. Auch wenn sie gesellschaftsrechtlich jetzt daneben stehen. Getrennt sind, ja. Und wie viele Gesellschaften sind das insgesamt? Also wenn du jetzt die genaue Zahl hören möchtest, dann muss ich sagen, kann ich es dir gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, wir sind bei einigen Projekten auch mitbeteiligt. Okay, na gut, dann kommen Projektgesellschaften an oder zu. Also ich sage einmal, wenn du alle Gesellschaften, wo wir mitbeteiligt sind, auch teilweise sind das wenige Prozent, dann kommst du wahrscheinlich auf 15 Gesellschaften. Spannend. Und du hast schon gesagt, Länder haben wir Ukraine, Tschechien, Österreich und was war noch? Slowakei. Slowakei, genau. Spannend. Sehr fein. Ich glaube, das war ein sehr guter Überblick. Jetzt gehen wir über zur Sicherheit, zum sicheren Bauen. Was sind denn so die Kernthemen? Ich sage jetzt einmal, ich möchte es in zwei Teilbereiche trennen. Betrieb des Gebäudes und Bau eines Gebäudes oder einer Liegenschaft. Was ist denn das, wo du sagst, okay, das ist wirklich, das ist am wichtigsten. Ist es der Arbeitsschutz oder habt ihr Themen mit, dass auf den Baustellen viel gestohlen wird, da Einbrüche sind? Ich könnte mir jetzt vorstellen, vielleicht ist es ein Vorurteil, dass es vielleicht in Tschechien, in Ukraine eher noch mehr passiert, aber wir kriegen es da von Baufirmen jetzt da immer mehr mit, dass man glaubt ja gar nicht, was gestohlen wird. Also jetzt habe ich wieder gelesen in irgendeiner Salzburger Nachrichten oder so, dass vor zwei Wochen, glaube ich, der letzte Woche, wurde in Salzburg auf einer Baustelle ein, ich glaube, 200 Kilogramm oder 150 Kilogramm Hydraulikhammer gestohlen. Was sind so die Sicherheitsthemen, die ihr habt? Habe ich auch gelesen übrigens. Da muss man sich schon ein bisschen amüsieren. Das trägt einer allein so einfach nicht mehr. Da muss schon sehr stark sein. Nein, also Sicherheit ist ein immer wichtiger werdendes Thema, muss man klar sagen. Es ist aber an und für sich ein sehr, sehr großer Begriff. Und für uns jetzt einmal mit einem neutralen Zugang, es geht bei Sicherheit auf der einen Seite, Sicherheit für Leib und Leben natürlich, das ist immer das Wichtigste, dass der Mensch sozusagen in Sicherheit lebt, ist, dass einfach keine Unfälle passieren, dass nichts passiert. Aber es wird auch immer wichtiger, dass die Dinge, die Gegenstände sicher sind, nicht beschädigt werden oder überhaupt, wie von dir jetzt angesprochen, abhanden kommen. Wir leben in einer Zeit, wo es erstens einmal vielen nicht so gut geht wie uns, aber auch die Möglichkeiten immer besser werden, hier irgendwo Zugang zu erhalten und sich auch Dinge anzueignen. Und umso besser muss man sich auch auf der Seite rüsten, wo Vermögen da ist oder wo Vermögen gerade entsteht. Und bei Baustellen ist es so, dass wir natürlich in der Situation sind, dass schon zu sehr frühen Zeitpunkten, wenn man sich im Ausbau befindet, also im Rohbau, wir werden teilweise auch Baumaschinen gestohlen, Kleingeräte gestohlen. Aber Zirgel, Paletten oder so wären in der Regel, würde sich der Aufwand für das, was dann... Fast nicht lohnen. Würde sich so nicht, und das kann man auch nicht von mir nichts einstecken, sondern das würde schon ein bisschen auffallen, wenn da ein LKW-Zubi vorhat, aber jetzt auffangt, Paletten zu laden. Das heißt, im Rohbau ist das nicht so ein Thema, aber im Ausbau wird es auch immer ein wichtigeres Thema. Und gerade wenn es um Komplettierungen in Gebäuden geht, wenn es um Armaturen im Sanitärbereich, wenn es um Beleuchtungen geht, auch um aufwendigere Schlosser-Themen und so weiter, da kann es sehr wohl sein. Das sind dann meist professionell agierende Banden. Das sind dann nicht Einzelpersonen, das ist dann die organisierte Kriminalität, muss man sagen. Und da gilt es, sich wirklich sehr gut zu rüsten. Weil die schleusen ja oft über Personen auch schon Baupersonal ein, die natürlich dort Bescheid wissen und so weiter. Checken alles aus. Checken alles und so. Also das ist nicht ganz easy. Okay. Aber ich möchte ganz klar sagen, es wird hier ja, das Bewusstsein steigt und es wird ja auch von den Bauherren entsprechend sozusagen vorgesorgt. Das heißt, gerade bei größeren Objekten, die Objektsicherung wird immer wichtiger, Videosicherungen genauso wie auch die Zutrittssicherung aufs Bauareal. Vom Zaun beginnend mit ganz gezielten, sage ich einmal, Zutrittswegen mit Portier, mit Ausweisen, Vereinzelungsanlagen, Ausweis. Selbstverständlich. Also regelmäßige Kontrollen auch sind die Leute, die da sind, wirklich die, die draufstehen am Ausweis. Und sind sie auch wirklich da. Ganz genau. Also das, man muss wirklich sagen, das ist wirklich sehr stark im Kommen. Ist auch notwendig, muss ich ganz klar sagen. Auch wenn es ein Geld ist, das immer ein bisschen wehtut, weil wir wollen natürlich im Bau, möglichst viel Geld, das vom Kunden bezahlt wird, soll in Wertschöpfung, ins Gebäude einfließen. Und alles, was so drumherum verdunstert, ist ja auch so, das ist viel Management, Kontrollleistung. Das Problem ist immer bei Prävention, ist immer das Problem, dass du nicht weißt, ob du das brauchst oder nicht. Aber es hat auch eine abschreckende Wirkung, deswegen musst du es trotzdem tun. Weil wenn du es nicht hast, dann kannst du... Na gut, dann bist du geöffnet für Schienkluder noch und nöcher. Und da ist wirklich schon, das ist nämlich wirklich das Dramatischste, ist ja oft sozusagen der ideelle Schaden ja viel höher als der Vermögensschaden. Man muss sich vorstellen, ein Projekt ist unmittelbar vor der Eröffnung. Eine Woche vorher werden alle Spots gestohlen. Man kriegt den nicht noch in einer Woche. Ob den nicht da... Also die du teilweise schon montiert auch hast. Fertig, die sind drinnen. Nicht, dass man sagt, da ist verpackt irgendwo noch. Nein. Alles fertig. Das ist fertig. Werden über Nacht alle ausgebaut, so auf die Art. Und das tut sehr weh, weil du damit eigentlich die Übergabe gefährdest. Der Bauherr kann es nicht benutzen, hat vielleicht schon Übersiedlungstermine, muss es nutzen, du musst dann mit Provisorien agieren. Das ist sehr ärgerlich, muss ich sagen. So als erst zweimal. Richtig. Und man muss vielleicht auch eines noch betrachten, das möchte ich unbedingt der Vollständigkeit halber noch dazu sagen. Es ist einfach so, wenn ein Bauvorhaben wächst und entsteht, dann hat das Risiko für das jeweilige Gewerk die errichtende Firma. Das heißt, wenn das Werk, nennen wir jetzt die Leuchten zum Beispiel, nicht abgenommen ist, nicht übernommen ist, es wird gestohlen, dann hat der Elektriker ein Problem, wenn der das geliefert und mutiert hat. Deswegen geht man immer mehr, weil das nützt dir dann trotzdem keinem. Man kann sagen, er muss das jetzt, aber was soll er tun? Ich meine, man kann ja auch nicht zaubern. Das heißt im Endeffekt, wenn du Bauen als ein Teamprojekt siehst, du sagst, eigentlich sollten wir alle daran arbeiten, dass wir am Schluss an Erfolg haben. Dann muss ich überlegen als Auftraggebervertreter, was können wir tun, dass wir ihm helfen, dass sowas nicht passiert. Und da muss halt sozusagen durch einfach zentrale Organisation dieser Sicherheitsmaßnahmen, aber auch durch Versicherungen und so weiter, müssen wir einfach schauen, dass wir möglichst die Wahrscheinlichkeit, dass solche Dinge passieren, auf ein Minimum reduzieren. Ausschließend kann man solche Dinge nie, aber man kann es auf ein Minimum reduzieren und wie du es auch vorhin gesagt hast, nicht Tür öffnen, sondern möglichst so gut geschlossen sein, dass jemand schon sich doppelt überlegt, nehme ich lieber das Objekt oder nehme ich das da, weil da brauche ich wahrscheinlich fünfmal so lange und da löse ich vielleicht einen Alarm aus zum Beispiel und so weiter. Spannend. Wow. Danke für die Ausführung. Vor allem, dass auch wirklich schon bereits montierte Leuchten und so weiter dann wieder ausgebaut werden und gestohlen werden, das war mir jetzt zum Teil wirklich neu. Also ich war immer so der Meinung, okay, wir machen natürlich sehr viel Baustellensicherung, das ist bei uns ein großes Thema, das immer mehr kommt, weil wir da viele Systeme anbieten in die Richtung. Aber ich war immer der Meinung, okay, das sind halt Dinge, die noch verpackt fertig irgendwie palettenweise dann mitgenommen werden und das, ja, wow, spannendes Thema. Wolfgang, ich sage vielen Dank fürs Kommen, wir laden dich ja auch noch ein zweites Mal dann ein, wir machen noch eine zweite Folge zur digitalen Sicherheit im Gebäude und Gebäudetechnik und liebe Zuhörer und Zuschauer, wir blenden euch in den Shownotes natürlich auch die Kontaktdaten von der Delta Holding ein, dass ihr da dann reinschnuppern könnt, was die so alles tun und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Danke. Wiederhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Shownotes.